Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sind genau richtig bei einer neuen Ausgabe von Unser München. Etwas ganz Neues gibt es für die Mieterinnen und Mieter der Gewofag. Sie bekommen nun noch leichter Zugang zu vielen Serviceleistungen. Meine Gewofag heißt das neue Mietercockpit. Das ist ein breites Serviceangebot über ein eigenständiges Onlineportal oder eine Smartphone-App. Damit lassen sich viele Anliegen bequem und rund um die Uhr digital erledigen. Meine Gewofag, so heißt die neue Mieter-App der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Eine App für Smartphone und Tablet, aber es gibt auch eine Browserversion für Laptop und PC. Alle Infos gibt es hier unter www.gewofag.de. Meine Gewofag ist eine Art Mietercockpit, von dem aus Gewofag-Mieter alle Anliegen rund um ihr Mietverhältnis steuern können. Bequem online am Wunschort und zur Wunschzeit. Mit Meine Gewofag können Mieterinnen und Mieter zum Beispiel wichtige Dokumente anfordern oder Antworten auf viele Fragen finden. Der große Vorteil einer digitalen Mieter-App und einer digitalen Portallösung ist, dass wir 24 Stunden am Tag die Services dann nutzen können, ohne dass wir auf Geschäftszeiten dann angewiesen sind. Und natürlich unsere Mieterinnen und Mieter ihre Anliegen rund um die Uhr uns dann über die App digital dann aber an Menschen dann rantragen können. So sieht das Ganze aus und dass man den Nutzen dann auch sieht, schauen Sie es sich selber an und probieren wir es einfach mal aus. Die Gewofag-Mieter-App ist kostenlos und nach einer einfachen Registrierung startklar. Da war mir persönlich besonders wichtig, dass man es nicht nur als App auf dem Smartphone nutzen kann, sondern auch ganz normal am PC oder am Laptop als Internetportallösung, als Browser-Lösung, so dass man auch bequem zu Hause dann seine Anliegen dann vorbringen kann. Beispielsweise Vertragsdaten dann abrufen kann oder seine Störmeldung abgeben kann oder andere Services nutzen kann. Aber es ist eine zusätzliche Servicemöglichkeit. Unser bewährter telefonischer Mieterservice bleibt natürlich für unsere Mieterinnen und Mieter erhalten. Rund 5000 Mieterinnen und Mieter nutzen bereits meine Gewofag, um ihre Anliegen zu melden. Seien es zum Beispiel Schäden in der Wohnung oder ein neues Haustier. Wer sich bis Mitte Juni registriert, kann zudem an einem Gewinnspiel mit attraktiven Preisen teilnehmen. Gut gerüstet für die Bankgeschäfte. Damit hat man quasi seine Filiale in der eigenen Hosentasche. Wer sein Girokonto bei der Stadtsparkasse München für Online-Banking freigeschaltet hat, kann so auch die beliebte App Sparkasse nutzen. Viele Vorteile sind damit verbunden. Welche? Wir zeigen es Ihnen. Ob Überweisungen tätigen, Kontoumsätze einsehen oder Daueraufträge einrichten oder ändern. Das Online-Banking bei der Stadtsparkasse München bietet viele Vorteile. Und der Kunde braucht eigentlich nur ein Konto bei der städtischen Bank. Dafür muss er nicht mal zwingend volljährig sein. Denn Online-Banking ist auch mit Einschränkungen für Minderjährige möglich. Und es gibt auch noch was ganz Neues. Ganz beim Online-Banking ist der Finanzplaner. Der Finanzplaner analysiert ihre Kontoumsätze und erschafft daraus verschiedene Prognosen. Zum einen erschafft er ihnen eine Kontostanzprognose innerhalb der nächsten zehn bis 14 Tage. Er sagt ihnen, hey, wenn es so weitergeht, haben sie zum so und sovielten noch so und so viel Geld vom Konto, was sehr gut hilft beim Haushalten. Und wenn man direkt weiterhaushalten möchte, dann hilft einem der Finanzplaner auch, die Umsätze zu kategorisieren. Der sagt, soviel geben sie viel Lebensmittel aus, soviel für Reisen, soviel sparen sie, soviel für Versicherungen etc. Wer Online-Banking bei der Stadtsparkasse München hat, kann sich in der Regel den Weg zur nächsten Filiale sparen. Er hat diese nämlich quasi in seinem PC zu Hause oder mobil auf seinem Smartphone. Sehr praktisch ist auch der Vertragscheck. Der Finanzplaner hat auch noch einen eingebauten Vertragscheck. Auch hierbei werden ihre Umsätze innerhalb der letzten, Monate analysiert und es werden wiederkehrende Buchungen herausgestellt. Und dahinter verbirgt sich ja meistens so was wie Stromrechnungen oder Stromanbieter, Mobilfunkanbieter etc. Und sie haben auch da über den Vertragscheck die Möglichkeit, den Vertrag zu kündigen. Wenn sie sagen, das ist was altes, brauchen sie nicht mehr. Und bei manchen Verträgen können sie sogar direkt sich ein Vergleichsangebot einholen lassen. Wer bargeldlos bezahlen möchte, zum Beispiel mit Apple Pay, für den ist Onlinebanking Grundvoraussetzung. Der Filialfinder zeigt die nächste Geschäftsstelle samt Öffnungszeiten und Geldautomaten an. Der Konto Wecker informiert per E-Mail oder Push-Nachricht über den Gehaltseingang oder wenn das Konto mal ins Minus rutscht. Unser Onlinebanking ist sicher. Es ist natürlich wichtig, dass man sorgfältig mit den Daten umgeht, die man selber nutzt, um das Onlinebanking zu verwalten, wie den eigenen Anmeldenamen und die PIN. Ist vergleichbar wie mit dem Geldbeutel. Den lasse ich auch nicht offen liegen. Also meine EC-Karte drücke ich auch nicht mitsamt PIN irgendwem Fremden in die Hand. Wichtig ist also, immer die Zugangsdaten für sich zu behalten. Dazu gehört der Anmeldename, die Onlinebanking-PIN und ganz besonders die TAN. Die Quellen des Münchner Trinkwassers und die herrliche Landschaft Oberbayerns entdecken. Das geht auf dem M-Wasserweg der Stadtwerke München. Entlang der Isar, raus aus der Stadt und durch die Wälder hinein ins malerische Mangfalltal. Neben tollen Ein- und Ausblicken gibt es viel zu erleben, rund um unser gutes Trinkwasser. Vom Deutschen Museum aus geht's immer Richtung Süden. Egal ob auf dem Radel oder zu Fuß. Bis zu 82 Kilometer lang ist der M-Wasserweg bis zu den Quellen des Münchner Trinkwassers. Sein südlicher Endpunkt? Gmund am Tegernsee. Die Tour ist eine sportliche Herausforderung, purer Naturgenuss und auch noch informativ. Höhepunkte sind die Trinkwassergewinnungsanlagen im Mangfalltal. Allen voran das Wasserschloss Reisach, erbaut von 1902 bis 1913. Tief im Grundwasser liegende Sammelkanäle fassen das Wasser und führen es sternförmig auf die Fassung zu. Egal ob Wanderung oder Radeltour. Hier erlebt man, warum das Münchner Trinkwasser zu den Besten in Europa zählt. Die Stadtwerke München gewinnen es in idyllischer, nahezu unberührter und streng geschützter Natur. Wem die 82 Kilometer zu lang sind, der kann die Route auch in kürzere Etappen aufteilen. Haltestellen der S-Bahn und der Bayerischen Regionalbahn sowie die Busse des RVO bieten gute Abkürzungsmöglichkeiten. Für E-Bike-Fahrer gibt es an drei E-Ladestationen die Möglichkeit, den Akku wieder aufzufüllen. So wie hier am Spiralschacht bei Thalham. Hier steht auch das imposante Kunstwerk Tränen der Erde. Und am beliebten Picknickplatz kann man auch seine Wasserflaschen wieder auftanken. Genauso quellfrisch wie daheim, versteht sich. Ein Stück weiter beginnt der Naturerlebnispfad in der Trinkwassergewinnung der SWM. 18 teils interaktive Stationen lassen große und kleine Besucherinnen und Besucher ihre Umgebung erforschen und einen Blick hinter das Offensichtliche werfen. An diesem Erlebnispfad kann man mit vielen interaktiven Stationen letztendlich Natur erleben. Man kann die Artenvielfalt direkt vor Ort erleben. Man hat als Eltern auch die Möglichkeit, die Kinder an einem Erlebnisspielplatz abzuliefern. Da gibt es eine Taststation, die ganz, ganz spannend ist. Dann kann man unheimlich viel Wissen über den Wald mitnehmen. Und das dann auch ganz spielerisch und kann man viel mit heimnehmen. Und deshalb ist es auch in der freien Natur wunderbar zu genießen. Nach Gotzing und der Haglandschaft erreicht man schließlich den südlichen Endpunkt des M-Wasserwegs. Mund am Tegernsee. Vom Tegernsee aus fließt die Mangfall nach Rosenheim und mündet dort in den Inn. Und noch ein kleiner Tipp. Wer will, der kann seine Tour natürlich auch in Gmund starten. Dann geht es Richtung München. In der Regel nur bergab. Der M-Wasserweg ist ein Naturerlebnis. Und das zu jeder Jahreszeit. Und wir machen jetzt weiter mit unserer Rubrik Veranstaltungen. Er ist eigentlich eine intelligente, feinfühlige Figur. Doch er wird zum Königsmörder, setzt sich selbst auf den Thron und kommt aus dem Strudel nicht mehr heraus. Das Münchner Volkstheater hat Shakespeare's Macbeth inszeniert. Ein über 400 Jahre altes Stück, das an Aktualität nichts eingebüßt hat. Zum Beispiel bei Themen wie Machtgier und Verfolgungswahn. Dann habe ich einen Artikel gelesen über QAnon und über Verschwörungstheorien und diese Bewegungen. Und da habe ich gedacht, das passt in Macbeth. Ich finde, das ist genau das, was Shakespeare da entwirft. Das ist jemand, der auf eine Geschichte, auf eine Wahrheit trifft, die sein Leben verändert und die ihn antreibt, die ihn auf eine Schiene schiebt, von der er dann nicht mehr runterkommt. Und so kam die Entscheidung, das dann zu machen. Und das war auch mit dem Sturm auf dem Kapitol. Das war ein, das war ein, ja, das hat sich dann immer so gesteigert. Und so sind wir an den Stoff rangegangen. In dieser Zeit war man mit eingeschlagenem Schädel tot! Das geht um den Kriegsherr, die Titelfigur Macbeth, der aus dem Krieg kommt und auf drei Hexen trifft. Die drei Hexen sagen ihm, du wirst König. Und dann beginnt er daran zu glauben. Und er beginnt daran zu glauben, dass er es wirklich machen wird. Und mit seiner Frau gemeinsam fasst er dann den Entschluss, das wirklich zu tun. Und dann begibt er sich auf die Reise. Er bringt König Duncan um und schafft es, König zu werden. Kann sich auf dem aber nicht ausruhen und fühlt sich verfolgt. Denkt, dass sein guter Freund Benko, der sein Gefährte ist, ein Kriegsgefährte, davon weiß. Und ihn stürzen wird, den bringt er auch noch um. Und damit kippt es ganz. Ein Tyrann, der sich selbst um Schlaf, Vernunft und Menschlichkeit bringt. Macbeth, neu auf dem Spielplan im Münchner Volkstheater. In dieser Gartenlaube können die Besucher der Münchner Kammerspiele eine neue Videoinstallation erleben. The Shire heißt der 25-minütige Kurzfilm des in München lebenden Videokünstlers Louis August Graven. The Shire, zu deutsch das Auenland, ist eine Mischung aus 3D-animierten Bildern, aus bereits bestehendem Footage-Material und Bildern, die mit künstlicher Intelligenz gemacht wurden. Inhaltlich zeigt das Video viel politischen Sprengstoff. Es ist extrem politisch. Also es geht eben darum, dass es auf einmal Silicon Valley Startups gibt, die sich offen patriotisch und eigentlich auch rechtskonservativ positionieren. Und deren CEOs offen rechtskonservativ agieren und sich äußern. Und das ist so ein bisschen neu. Außerdem stellen sie sozusagen hochkontroverse Technologien direkt der Regierung zur Verfügung. Was es zwar vorher auch schon gab, also Google hat auch schon mal irgendwie mit der Regierung zusammengearbeitet. Aber das sind Startups, die speziell darauf spezialisiert sind, Lösungen für Regierungsorganisationen zu produzieren. Und das ist schon brisant auf jeden Fall. Einbuchen kann man sich über die Webseite des städtischen Theaters. Der Eintritt in der Gartenlaube im Charlottenhof der Kammerspiele ist frei. Die Videoinstallation ist auf jeden Fall bis Ende Juli zu sehen. Wir sind am Ende unserer Sendung, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es wieder die neuen Themen direkt aus der Landeshauptstadt. Für heute bedankt sich die Redaktion Unser München für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen.